Monatsrückblick Februar 2022, was war bei uns los? Ja, zum Jahresanfang einmal nix könnte man sagen. Da habe ich eine WhatsApp sozusagen an unsere Selbstversorger-Motivations- und Spaßgruppe geschickt. Ja, das war mitten im Fasten, wie gesagt Ende Jänner habe ich begonnen und da war die Fastenzeit doch glatt 121 Stunden. Und was macht man dabei? Man trinkt wahnsinnig viel Tee, es gibt frisch gepresste Frucht- und Gemüsesäfte, aber die sind natürlich nicht süß und ja, also die sind sehr passiert, also das heißt sehr dünnflüssig und dann gibt es auch noch Suppen ohne alles, also das heißt kein Salz, man kann sich Kresse reinhauen und solche Dinge und das war ein Basenfasten und man kann wirklich dabei wunderbar loslassen. Und für meinen Rücken, der ja Bandscheiben bedingt recht, naja, zwickt, war das tägliche Schwimmen im Schwimmbad natürlich auch herrlich. Ja, dabei denkt man manchmal an Schokolade und wenn man das gar nicht mehr aushält, dann kann man noch in der Gegend rund um die Therme, wo ich war, spazieren gehen, aber auch so schön der Ausblick dort ist, so schön ist es doch auch zu Hause. Und hier meine Horsehiles, also wenn es der Rücken zugelassen hat, dann haben der Amena und ich einfach ganz simpel Linienführung und Schritt und Trab ausprobiert. Mit dem Mandrak war auch das Thema so ein bisschen ihn an Zügel zu gewöhnen, weil das findet er noch relativ schräg, wenn er hier im Hals begrenzt ist. Und ich habe hier aber relativ schnell eine einhändige Zügelführung gewählt, einfach damit er wirklich auch diesen indirekten Zügel links und rechts vom Hals kennenlernt. Und ja, manchmal stören Katzen, aber das mag ich so gern an meinem kleinen Lusitano, unter Anführungszeichen, der ist ja auch schon wieder groß, wann kriege ich ein kleines Handarbeitspferd. Naja, aber genau das liebe ich an ihm, dass er sich auch so schnell dann wieder auf die Hilfengebung entspannt, wieder gut zuhören kann und ja, wir haben dann auch zum ersten Mal so ein bisschen was von außen probiert und ich bin sehr stolz, wie er da jetzt zuhört. Sehr stolz war auch Wochenschülerin Angelika mit ihrer Araber Berberstute, Philana. Der Wunsch war, etwas mehr ins Reiten zu schauen und Philana hier mit den Hilfen bekannt zu machen und da ist schon auf relativ große Distanz, würde ich jetzt mal meinen, auch gelungen, dass wir hier die Hilfen gut umsetzen können und wer hätte das gedacht, Am Ende der Woche waren wir sogar sehr, sehr selbstständig unterwegs. Horse High Klappe die Dritte, ja, unser Prinz Butzi macht einfach glücklich. Angelikas Tochter hat sich einmal Spiegeln mit Prinz Amena gewünscht, Wunsch erfüllt, aber sie hat natürlich auch ihren eigenen Tanzpartner mitgebracht und gefeiert wurde natürlich auch, links rum galoppieren zu können. Das war der große Wunsch von der Paula. Ja, Galopp, da gibt es ein paar Ideen von Welsh Stute Dappi dazu. Sie hat einen sehr, sehr langen Rücken und es fällt ihr sehr schwer, die Hinterbeine nach vor zu bringen. Der Rücken ist aber da jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Und Galopp war auch das Wunschthema von der Beate und ihrer sehr kurzen Lipizzaner Stute Lara. Und ja, das nächste Horse High, es waren sogar die ersten Schritte unter dem Reiter am Ende der Woche auch möglich, begleitet von der lieben Anja, die hier die ersten Schritte mit der Hilfengebung unterstützt hat. Ja, fehlen darf natürlich auch nicht der Konrad. Wir üben ein ruhiges Bam, Badabam, Badabam in einer Formgebung, mal eher in Dehnungshaltung, mal eher in ein Aufwärts, aber ohne den Takt zu verlieren und das Tempo hier schneller werden zu lassen. König Konrad, wie er leibt und lebt. Und ja, wenn es Kreuz und Hüfte zulassen, dann habe ich mich auch mal auf den Mantrak gesetzt. Und ja, die Vorbereitung in der Handarbeit, die trägt ihre Früchte. Für Mantrak war es dann gar nicht so stressig, links und rechts den Zügel zu spüren. Und so haben wir die ersten Runden mit Reiter bravourös absolviert. Und ich bin riesig stolz auf meinen lieben Mantrak, weil selbst wenn er sich mal aufregt, das mag ich so sehr an ihm, dann lässt er sich sofort fallen, spiegelt sofort, wenn ich ausatme und wenn ich ihm sozusagen vorschlage, da mal durchzuatmen. Ja, Galopp, auch beim Amena-Thema, den haben wir dann auch dazugenommen. Und er bemüht sich so, auch wenn das auf einer großen Linie noch schwierig für ihn ist. Und er hat immer gute Einfälle, da wollte ich eigentlich zuerst nur stehen bleiben. Und ja, das ist typisch Amena mit seinen guten Ideen. Und aus der Versammlung hat er dann auch versucht, ein paar Galopp-Sprünge anzubieten. Ja, man könnte nicht glücklicher sein mit so einem schönen Monat.